Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen zurück zu, es ist eine Ewigkeit her, Doom Eternal. Der Testum soll er verfeiern und sie soll ja auch was zum Lachen haben. Oh, wir spielen das Spiel wieder live im Stream und es hat Updates gegeben und es ist keine Ahnung was alles passiert und ich habe keinen Plan mehr wo ich bin, aber ich glaube die Steuerung, ja, die Steuerung kriege ich glaube ich gerade noch hin. Wir legen los. Bin ich immer noch zu dunkel? Nee, ich glaube nicht, oder? Ist halt das Problem, wenn man das Zeug im Stream spielt, dann Fehler sind da, Fehler passieren und ja, kommt vor. Ich habe schon wieder ausgelassene Frames, ich weiß nicht warum. Nicht okay. Gut, gib deine Punkte aus. Nein, warum denn? Um Gegner gegen Stärkreddemund zu bestehen, musst du den Slayer und sein Arsenal verbessern. Du hast 27 Waffen und 31 Patronenanzugspunkte im Dossier. Kannst du den Slayer verbessern? Ich habe... Bitte was? Das war falsch. Warum habe ich so viel auf einmal? Ich habe doch alles mögliche... Das haben wir schon. Fünfer freigeschaltet. Warum habe ich so viel auf einmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Töte 15 Pinkies im Vollautomatik-Modus. Hä? Warte mal, aber die kann ich doch... Meisterschaftsherausforderung umgehen. Wie kann ich denn das umgehen? Muss ich das vielleicht... So, warte mal, wir gucken mal. Upsala, das war falsch. Hier? Ja, da können wir uns ja jetzt alles kaufen. Alles. Ah, ne, ich muss es ja erstmal frei... Oh. Ja, wir können uns jetzt alle kaufen hier. Warte mal. Drei. Was war das? Mikrowellenstrahl. Oh, Microwaves. Es wird die spannendste Folge ever. Aber das will ich jetzt gerade mal schnell tun. Gehen wir mal schnell alle Punkte aus, die wir haben. Warum auch nicht? So. Warte mal. Hier haben wir noch gar nichts. Sollte gelangen... Es reicht gerade. Wunderbar. Das wunderbar schon. Das wunderbar schon. So, dann Anzug. 31 Rundenpunkte. Sorry, aber da kann ich alles kaufen. Oder? Na, könnte zwar... Na, könnte zwar sein, dass es nicht für alles reicht. Warte mal. So, warte mal. Das kaufen wir noch. Ich habe gerade... Überfall. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier kaufe, aber wir kaufen es. Warte mal. Hier, den kaufen wir auch noch. Wie viel habe ich noch? Ich habe immer noch 23 Punkte. Das sind 10... Das sind... 16... 20... 23... Es reicht noch nicht für alles. Aber beinahe. Hab dich lieb, nämlich... Oh, ich dich doch auch. Warte mal. Wir kaufen uns erstmal die teuren. Weil die Günsten können wir uns dann schneller kaufen. Wesentlich schneller kaufen. Ich weiß, ich verziehe immer so mein Gesicht, wenn ich hier so... Komm schon. Wenn ich so nach oben gucke. Dann den Vierer hier noch. Ja, komm, wir kaufen den Vierer hier auch noch. Fünf. Ich kann noch einen Dreier kaufen. Was ist das? Splittergranate. Brennende Erschütterung. Ja. Haust rein. So. Haben wir hier auch alles ausgegeben. Runen. Nur Kodex. Herausforderungen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall legen wir jetzt los. Wir haben schon... Vier Minuten der Folge... Verplemper... Das sieht übelst gut aus. So, ich bin hier. Ohne, sag mir nicht, wir waren bei einem Bosskampf. Oh, Junge. Waren wir wirklich hier? Bin ich in der letzten Folge... Ah ja, doch. Warte, ich kann mich vage erinnern. Da unten gab es, glaube ich, einen Weg. Oder auch nicht. Ähm, die Karte ist unser bester Freund. Da oben. Da. Da, ich seh's. Was ist das? Ne, das ist nicht da oben. Da oben. Hab's, hab's gesehen. Unser Thron. Kann ich mich da hinsetzen? Huch. Na, warte mal. Wie war das nochmal? War's nicht? Irgendwas musste ich hier tun. Das war's nicht. Wo ist die hin? Das war's auch nicht. Na, warte mal. Ich hab, ich hab so keinen Plan mehr vom Spiel. Es wird auf jeden Fall eine super Folge. Ich hab mich super vorbereitet darauf. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab sowas von keine Ahnung mehr. Ah, warte mal. Hier, schaust du hier. Wir drücken den Schädelknopf. Warte mal, das... Hier komm ich sogar rüber. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Warte, warte, warte. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Oder auch nicht. Kann natürlich sein. So war das hier. Diesmal guck ich, wo ich hinspringe. Der Käfer macht immer noch Anstalten. So, warte mal. Wo war das? Das war da drüben. So, da müssen wir auch noch hin. Hä? Da drüben. So, einmal hüpfen. Zack, zack. Ja, da. Also, wir haben's gefunden. Jetzt müssen wir noch reinkommen. Ja, das tun wir auch. Oh. Dann hört doch auf, so nett zu mir zu sein. Das hab ich nicht verdient. Und das wisst ihr. Das war falsch. Ich werde das in dieser Folge wahrscheinlich noch schaffen. Hoffentlich. Ich kann es euch nicht versprechen. Aber ich werde mein Bestes geben. Na. Es wär ne super Folge. Es wär ne super Folge. Es wär mit Abstand die beste Folge ever. So. Einmal Boost. Hüpfen. Knapp nämlich. Ja, das war ultra knapp. So, und jetzt ab ins Loch. Husch, husch, ins Löchchen. Hol den Schmelztiegel zurück. Wir jagen immer noch den Schmelztiegel. Warum? Huch. Ah, das hat gekribbelt im Bauch. Brr. Strahlenanzug erhalten. Ich weiß noch nicht, warum. Die Karte ist unser bester Freund. Hier. Ich hätte den gesehen, wenn ich mal ein bisschen mehr geguckt hätte. Spiel ist viel zu laut. So, ich glaube, so ist besser. Ich hoffe, so ist besser. Ist sonst noch was hier? Ne. Dann hei die ho. Ho, 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 ho. Warte. Wo ist meine Anzugsanzeige? Hier. Okay. Komm, geh doch hoch. Ja. Und drüben wieder runter. Das ist... Das ist ein Doomslayer, wie ich ihn mir vorstelle. So. Moment mal. Karte, warte mal. Karte. Drüben komme ich nicht rein. Was ist das? Oh. Oh. Es geht los. Weg da. Oh, 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 oh. Sag mal. Warte, 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 warte. Warte. Wuh. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bam, 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 bam. Aufhören. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wuh. Festgepackt. Ha, 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 ha. Wunderbar. Wunderbar. Warte mal, Munition. Leifet. Oh, hi. Bist aber fix unterwegs heute. Oh. Spinnst du? Wo ist er hin? Da war doch auch noch... Ah, den habe ich auch erwischt. Schnell gucken. Wir haben da hinten... Da gab es aber noch einen... Da gab es noch einen dritten Weg. Okay, ich habe jetzt schon... Das war falsch. Das war falsch. Das ist richtig. Oh, ich habe beinahe keine Munition mehr. Für gar nichts mehr, ey. Aber warte mal. Aber da kommen wir noch nicht lang. Ich muss da irgendein Loch reinhauen. Oh, warte mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Da komme ich da... Also, der Doomslayer schwimmt wunderbar. Ja, schwimmt sich wunderbar. Haben wir festgestellt. Auch wenn es... Auch wenn es Säure ist. Aber da schwimmt sich wunderbar. So, nö. Ah, hier lang. Geschafft. Ja, das war... Das war... Ich habe es wahrscheinlich viel zu spät gelesen. Tschuldigung. Excusez-moi. Nein, ich hätte schießen sollen. Nein, ich hätte schießen sollen. Warte mal. So, warte mal. Wir schießen... Wir versuchen mal von hier aus. Yo. Yo, Baby. Yo, Baby. Yo. Warte mal. Warum komme ich da nicht? Wasser wird abgelassen. Puh. So, nun. Ich weiß, ich habe eine Riesenauslegerordnung. Kleiner Moment. Entschuldigung. Dankeschön. Irgendwas versucht mich anzugreifen, glaube ich. Aber ich weiß jetzt noch nicht, von wo. Von wo denn? Hallo? Warte mal. Jetzt können wir hier drauf ballern. Oder geht das da oben auf? Ah, das ist ja wieder so ein Hüpf-Ding. Warte mal. Aber hier war doch noch was. Ja, da hier hin. Ah. Irgendwann stöpse ich mir hier den Controller aus. Direkt. Oh nö. Oh nö. Sag nicht ohne. Oh nein, nein. Lass das sein. Aber warte mal. Ich gucke mal, ob ich von da drüben hoch kann. So, also hier hoch. Dann... Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Nein. Keine Ahnung, wie ich jetzt da hochgekommen bin. Da kann Maika wird von Zeit zu Zeit einen Dämon stärken, der einen anderen Spieler in der Kampagne getötet hat. Gesteigte Dämonen sind zäher und lassen zusätzliche Ressourcen fallen, wenn sie getötet werden. Bitte kein Höllenritter. Bitte kein Höllenritter. Ein Mancubus. Lass das. Mag ich nicht. Lass es sein. Woo. Sag mal. Habt ihr es jetzt mal, oder wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist stark. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Willst du mir aber jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ich da wieder hoch muss, oder? Boah. Wow. Wow. Ich hatte ein extra Leben, du Lauch. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, warte, 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 warte. Oh. Oh. Bist du von allen Seiten abgeballert? Wow. Warte. Ha. Ha. Sag mal, treff ich nicht, oder gehen die nicht kaputt? So, trifft schon. Ha, ha. 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 Auf jetzt. Juhu. Schwärb. Geil. Haben wir hingekriegt. Oh, Junge, das war anstrengend. Warte mal, Cut. Das, äh. Bild anzeigen. Oh, das ist aber nice. Ja, Ringwit, unbedingt. Nee, nee. Eintrag ansehen. Übersetzung eines Textes aus dem Legra Sultagenta. Buch der Könige. Das war falsch. Die Wächter sahen sich über die Hölle verstreut, verlassen von Priestern und Verstärkung und setzten zur letzten Schlacht mit den Streitkräften der Hölle an. Unbeugsam zerschmetterten die Wächter im Angesicht des sicheren Todes hunderte Dämonen und spießten Titanen auf. Hm, Spieß. Als ihre Art Lahnen als ihren Atlanen die Energie ausging, ach so, das ist wahrscheinlich eine Waffe, begaben sich die Wächter auf den Boden und bekämpften die Horden zu Fuß. Die Hölle wusste von dem Verrat, denn es waren zweifellos Maikres und Priester, die die Saat gesät hatten, lange bevor die tapferen Krieger durch das Tor schritten. An diesem Tag bezeugte die Hölle das wild schlagende Herz der freien Menschen von Argent nur. Sie zeigten keine Todesangst. Sie starben, wie sie lebten, mit Schwert und Schild fest im Griff. Und Urdak wurde Urdak, versteht ihr? Und Urdak würde nie würdig sein, solche Giganten willkommen zu heißen. Ihr Schicksal war das der Götter des Krieges und sie würden nie vergessen sein. Lord Sash, Lord Sash, den unerschütterlichen Bannerträger, fand man mit seinen Kriegsstandarte durch die Kehle einer riesigen Bestie gerammt und seine Überreste waren von Feind des Leichen umringt. Roan, der Mächtige, hatte derart viele Gegner ausgeweidet, dass ihre Eingeweide die schwarzen Felsen wie Reben umschlungen. Gnadenlos bis zum letzten Atemzug hatte Gor seine Klinge an den Knochen seiner Feinde zerbrochen und als er fiel hat er beinahe vier Dutzend weitere Dämonen mit bloßen Händen hingeschlachtet. Das ist ein sehr brutaler Text. Die Priester glauben, alle Wächter tot. Doch wir sind Agenta, wir sind Bezwinger. Auch wenn der Deagorden sie als kätzerisch verteufelt, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der Slayer selbst noch immer im unheiligen Reich wütet. Das Volk kann es nicht wissen, denn die Zukunft von Argent nur wurde von den pervertierten Visionen der Essenztrinker verborgen und verzehrt. Das Licht der Geister wird unsere Welt nie mehr erhellen. Alles ist zerfallen. Sollte der Slayer am Leben sein, möge er unsere Rache Fleisch werden lassen. Sollte er siegen, möge er diejenigen richten, die uns Unrecht getan haben. Möge das Blut an seiner Klinge nie trocknen und möge sein Krieg nicht enden, bis die Schuldigen bestraft wurden. Und möge dieses Urteil nie mehr seinen Schatten über eine Welt werfen. Unheil nicht Urteil, Unheil nie mehr seinen Schatten über eine Welt werfen. Boah, war das ein langer Text. Boah, war der anstrengend zu lesen. Halt! Da unten. Da. Das will ich haben. Meisterschaftsmarke halten. Yay! So, warte mal, ich springe mal. Will ich hier rein? Ich will das. Also, ich will das. Oh. Sicher möchtest du deine Wache ausprobieren, bevor du Ja, unbedient. Schmelztiegel. Der Schmelztiegel ist deine mächtige Nahkampfwaffe. Drücke steige um ihn aus der Scheide zu ziehen und drücke dann RT, um Dämonen aufzuschlitzen. Jeder Dämon verbraucht einen Balken. Fülle die Energie des Schmelztiegels mit Pickups auf. Also, so großen Trucks, ja, die du in der Welt findest. Ja, wuhu! Komm her! Ist das geil! Wo ist er hin? Aua. Aua, 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 Aua! Nein! Aua, Aua, Nein! Was ist das? Oh, warte. Oh, Pinky. Warte, den großen, den mach ich hin. den mach ich hin, den mach ich hin, den mach ich hin. Komm, rennt mir nach. Meine getreuen gefolgsdämonen. Oh, da, hier, warte mal, warte mal. Wo ist der Große? Wo ist der Große? Hier, hier. Der Baron der Hölle der Wein. jetzt bin ich. Oh Gott. Oh Gott. Aua, Aua. Ja. Der hat aber hingebracht. Sag mal, Pinky, jetzt reicht's. So, Pinky is auch weg. Tschüss. Tschüss. Akaria. Hi, Akaria. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu lesen. Warte mal, da haben wir noch eins. Das ist meins. So, Schmelztiegel am Start. Jetzt geht's aber drucki, zucki, zacki, zacki hier. Schlag auf Schlag. Folge muss ich ein bisschen im Auge behalten. 22 Minuten, das ist völlig in Ordnung. Akaria, schön, dass du da bist. So, warte mal, wir müssen nicht hier lang. Oh, geil. Oh, Erfolg. Neugeschmiedet und aufgeladen. Hol dir deinen Schmelztiegel in Taras-Nabat. Zurück. Nein, nix plopp. Nix plopp hier. Hab ich geschafft, ey. So, zum Fortsetzen. Wir sind jetzt wahrscheinlich, ja, wir sind wieder in der Fortress of Doom. Ich freue mich auch, dass ich es mal wieder geschafft habe, dabei zu sein. Oh, das ist voll schön. Ja, wir freuen uns auch. Natürlich auch über alle anderen, die da sind. Über jeden und jeden und Einzelnen von euch und vor allem auf dich, hab ich mich gefragt. Auf dich. Ich zeig gerade auf dich. Haben wir schon ehre viel gemacht, weil wir lange nicht spielen konnten jetzt. Aber ist voll cool. Jetzt ein bisschen durch das Landen. Du... Krabbeck ist die Maker-Heimatwelt. Zu ihr hat niemand Zugang. Kein Mensch hat jemals einen Fuß in diese Dimension gesetzt. Über die Maker-Agent-Fabrik in der hellen Stadt Nikavol kannst du das Nichts durchqueren. Doch nicht aus eigener Kraft zurückkehren. Vega kann aber ein Portal für dich erschaffen. Aha. Aus diesem Grund musst du Vega durch das Nichts mit nach Urbeck nehmen. Durch das Landen. Okay. Vernehme mich von den Systemen des Schiffs. In Arbeit. Transfer auf externes Laufwerk erfolgt. Oh, geil. Ein Flash-Drive-USB-Stick. Der ist nicht mehr mit deinem Schiff verbunden. Ich konfiguriere das Portal nach Nikravol. Okay, ja. Verhältst du noch irgendetwas, bevor wir unsere Reise nach Urbeck antreten? Ja, jede Menge Munition wahrscheinlich. Du kannst nicht zurück, bevor die Mission abgeschlossen ist. Aha. Warte mal, da wird... Uh, letzte Chance. Dies ist deine letzte Möglichkeit, Gegenstände freizuschalten und die Fortress zu erkundigen, bis deine Mission abgeschlossen ist. Konfiguriere deinen Teleporter, wenn du bereit zum Gehen bist. Ja, ist das jetzt letzte Mission oder wie, oder was? Warte mal, habe ich... Ist das der Schmelztiegel? Das ist der Schmelztiegel, oder? Warte mal, wo war denn das? War das hier? Da müssen wir unbedingt noch gucken. Hallo. Das war nicht hier. War das vielleicht ein Stockwerk weiter unten? Ja, hier war das. It was here. Wie, ähm... Hallo? Warum... Hä? Warum kann ich das... Hä? Ich kann das nicht... Hä? Was soll denn das? Wann gibt es das... nächste Ben und Dad zusammenzocken? Du wirst mich nur wieder fertig machen. Akare, gib es zu. Wobei, mit dem Satz hast du es schon zugegeben. Ähm... Also jetzt diesen Samstag nicht. Nächsten Samstag auch nicht weiter. Es ist Halloween. Da habe ich schon ein paar Sachen im... Ähm... Geplant, sage ich jetzt mal. Ich habe mal was geplant. Geh mal her! Das schöne Teil! Aber danach... Wow, warum nicht? Direkt nach Halloween habe ich auch eine Woche Urlaub. Das ist auch gut. Gut, da kann ich ja endlich vielleicht mal wieder ein bisschen was tun. Hier für YT und allgemein. Und nächstes Jahr werde ich mir vielleicht nochmal ein bisschen Urlaub nehmen. Also nicht von der Arbeit, aber vielleicht nicht ausragen jetzt. Vielleicht auch ein bisschen für, ähm... YouTube und solche Sachen. Weil es ist manchmal echt sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Oh, das haben wir neu dazugeholt. Abspielen. Oh yeah! Äh, ja. Ich habe natürlich jetzt nicht alles ab... Halt, ich will nur wieder... Ich will nur wieder hoch. Wo geht's denn hier lang? Ich will nur wieder hoch. Wird doch total schlecht in dem Game. Aber diese Zusammenarbeit... Zusammenarbeit-Maps sind immer ganz lustig. Ja, das ist so. Das ist... Da gebe ich dir total recht. Dass du total war. Wo geht's hier wieder hoch? Geht's hier wieder hoch? Bitte hoch, bitte hoch. Nein! Das geht runter. No, aber der Mächs sieht geil aus. Ähm. Ich würde eigentlich gerne das Fortress of Doom jetzt verlassen. Warte mal, ich gehe mal eben schnell ran. Nein, 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 warte, 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 warte. Dankeschön. Wieder hoch. Ähm... Werden wir auf jeden Fall mal wieder tun. Ich habe... Ich hätte eigentlich auch Lust, dass wir noch ein paar Leute dazuholen oder so. Weißt du? Dass wir dann wirklich... Was kann man das? Zu viert auf jeden Fall. Und uns dann gegenseitig so... Köpfe einhauen. Die Klöppe einköpfen und so. Ich habe jetzt einfach so den Weg nach oben gefunden. Okay. Warum nicht? Gut. Ähm. Würde ich sagen. War's das aber erstmal für diese Folge. Danke fürs dabei sein. Äh. Wir sehen uns in der nächsten Folge... Folge wieder. Auf YouTube. Alle anderen im Stream. Es geht gleich weiter. Gut. Ähm. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis die nächste Folge kam. Ich habe das... Ich habe das echt nicht mal auf dem Schirm gehabt. Äh. Bis dann. Oh, du. Ich freue mich.